Hallo, herzlich willkommen zur 15. Folge. Beim Pokémon müsst ihr dir da in den Retterteam DX Let's Play frisch von der Switch angezapft. Ja, in der letzten Folge haben wir es endlich geschafft. Wir konnten unsere Unschuld beweisen. Oh Gott, zwei Wörter auf einmal kombiniert. Unsere Unschuld beweisen. Von Nona hat erzählt, dass wir nicht das Pokémon aus der Legende sind, beziehungsweise der Mensch aus der Legende, dass sich so feige verhalten hat. Nein, wir sind es nicht. Wir sind frei. Und wir können jetzt endlich wieder Retterteam-Aufträge aufnehmen, annehmen, hoffe ich doch. So, ab heute wären wir als Retterteam wieder im Geschäft, sagte Bisasam. Und natürlich, jetzt kommt Pelipper und er bringt die erste Nachricht gleich mal vorbei. So, wollen wir uns die nochmal ansehen. Post, Pau, 3. Uiuiui. Ja, erster Auftrag, natürlich. Um Rettungsaufträge zu erledigen, die auf dem Infobrett der Pelipper-Post ausgeschrieben sind oder dir per Post zugestellt werden, reicht es aus, sich in den jeweiligen Dungeons zu begeben. Beachte bitte, dass angenommene Aufträge nicht erledigt werden können, falls sie zwischenzeitlich von dir als inaktiv markiert wurden. Naja. Hey, super, dass du zurück bist. Jetzt kann ich dir wieder die Post bringen. Ja, Klammern, jetzt habe ich wieder mehr Arbeit. Ich habe dich schon mit vollbepackten Schnabel erwartet. Demnächst gibt es wieder jede Menge Post, also sei bereit. So, ja, meinetwegen Riesenschlucht. Ich würde aber gerne noch schnell das Zitat erwähnen und dann geht es natürlich richtig ab ins Abenteuer, in die ersten Dungeons wieder. Und natürlich müssen wir erstmal besonders aufs Geld achten, damit wir wieder neue Partnerareale kaufen können. So, das Thema vom Zitat ist dieses Mal Recht. Das Zitat stammt von Harry Weinberger und lautet Das größte Recht in der Welt ist das Recht, Unrecht zu haben. So, einmal den dicken Wälzer zur Seite. Und dann geht es ab. Mal gucken, was uns hier erwartet. Nichts. Die zwei sind auch immer noch da. Natürlich, eigentlich wäre ein Training im Dojo jetzt die perfekte Möglichkeit, um sich ein bisschen zu beweisen, da ja, naja, ihr wisst ja sicher, dass es da ein bisschen Probleme gab. Und dass wir doch relativ schlecht waren und besonders bei Lavados richtig doll reingehauen haben. Also richtig doll verloren haben. Oh, Rätselschlüssel. Cool. Schwierigkeit I, F, D. Oh nein. Gut, wir können ja mal gucken. Stillklamm, Stillklamm, Stillklamm. Ja. Gehen wir einfach dorthin. Achso. Ja, vergessen. Vergessen. Ganz wichtiges vergessen. Hier nochmal gucken. Können wir vielleicht... Oh. Ja, egal. Wichtiges. Ob ich dich verdächtigt habe? Ja schon. Aber nur... Hat der oder die gerade ganz stark gesagt? Als ob. Als ob. Jetzt fühle ich mich ver... Mensch, ja, ich will A drücken. Jetzt fühle ich mich verarscht. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Energiewald. Ja, Sichlor. Scherox. Giftsumpf. Jawohl. Quiekel, Schnäppke. Das ist gut für... Ja, die Frostflockenhöhle. So. Gut. Gut, gut, gut. Ich glaube, wir haben kaum noch Geld, oder? Wir gucken mal noch bei der Bank vorbei. Bitte verzeih mir. Wie kann man eine Bank fühlen, wenn man seinen Kunden nicht vertraut? Naja. Frag das mal die großen Banken. Und doch, wir haben noch 5.000. Ja gut, wir machen das mal passend erstmal. Das mache ich auch irgendwie bei... Anime Crossing immer. Ich versuche immer auf ganze... Tausenderbeträge oder wenigstens noch besser, sogar Zehntausenderbeträge... ...aufzurunden. So, schnell mal noch ins Inventar gesehen. Ach, die ganzen blöden Samen. Die können wir eigentlich alle mal verkaufen. Die braucht kein Mensch. Huch. Weil damit können wir nichts anfangen. Ja, ja. Ach, ja. Wie sie uns alle für Schuldigkeiten haben. Ja, das ist nun mal so. Sowas... Naja, verbreitet sich halt... Nein. Nein. Ich möchte mehrere... Ich klicke zu schnell. Ich bin zu viel Text gewohnt. So, ich kann doch mit... So, so hoch. Die Blinkbox ist zwar viel Geld wert, aber die lassen wir mal lieber. So. Das müssten jetzt... Ja, Sechser. Ha. Cool. Na egal. Auf geht's. Jetzt aber wirklich zu den Dungeons. Jetzt geht's endlich los. Ja, jetzt sind natürlich ein paar mehr Dungeons mittlerweile verfügbar. Ach, Klöberg. Super Gegner. Pandir. Finsterforst. Ampharos. Oh, Tragoran. Das wäre natürlich cool, wenn sich das anschließen könnte. Mittlerweile stehen halt auch... Außer von... Bei der Sätze am Höhle stehen halt überall auch mittlerweile die Ebenen da. Das ist schön. Ich überlege halt, der Sticklamm ist eigentlich... Eigentlich das... Das war der erste Dungeon. Wieso gehe ich da eigentlich hin? Na egal. Können wir wenigstens relativ schnell durchwaschen. Ja, ja. Pfiffchen ist auch mal zu einer Partie. Schön. Ach, da ist ja schon ein Gegner. Und tschüss. Gut. Vielleicht kann sich ja jemand da anschließen. Wieso nicht? So. Ich weiß gar nicht. Ich muss erst mal gucken. Was für Ebenen müssen wir denn eigentlich? Ich weiß gar nicht. Hey, da ist es. Auf die 3, die 4 und die 8. Okay. Na, vielleicht finden wir wenigstens ein bisschen Geld. Ja. Hey, mhm. Wow. Da hätte ich jetzt doch mehr gerechnet. Aber das ist... Na gut, das ist der erste Dun... Na. Der erste Dungeon, da... Gab es noch nicht so viel Geld. So. Moin. Juhu. Ibita gefunden. Wow. Das ging ja schnell. Hat nur eine Minute gedauert. Ach, ja. Das Einzige Schöne ist, dass man hier die ganze Zeit B drücken kann und es auch funktioniert. Dass man halt wirklich... So, Donner... Stark. Warte, ja, Taki. Das lebt immer noch. Interessant. Frage ist nur, wo ist Maglizzi? Ach, da hinten. Na ja, gut. Den Georock-Pocken, den können wir uns schenken. Ebene 4 ist der nächste Auftraggeber... Ja. Zack. Und für vielen getötet. Ups. So schnell geht's. Ach, Nassmacher. Ja, ja. Ich hab trotzdem keine Angst vor dir, mein kleines Quapsel. Ja, besonders mit Krimasse und Biss. Na ja, egal. Ah, es sind halt automatisch... Hohe. Hat da etwa jemand ein... eine Agilität eingesetzt? Ist noch... Es bittet Platz zum... Hä, was macht denn das Pfiffchen? Was bist du denn für ein Ding? So, jetzt aber. Juhu, die freuen sich alle. Ach, ist das schön. So, weiter geht's. Wir wollen Dungeons erfüllen, Geld verdienen. Das ist alles wichtig. Ohne Geld kommen wir auch hier nicht weiter. So, Ebene 8 müssen wir jetzt. Na, das dauert ein bisschen. Oh, 44. Mensch. Wir nähern uns ja doch schon... 34. Wir nähern uns ja doch schon ein bisschen Geld. Ein bisschen höheren Beträgen. Kann das Magnetilo eigentlich über die ganzen... Schluchten, sag ich mal, die jetzt hier so links zum Beispiel sind drüberfliegen? Das wäre interessant. Oh nein, Windstoß. Aber trotzdem, es macht auch 12 Schaden. Also... Oh, Pudox. Ja, noch nicht vorhanden. Das ist gut. Das machen wir. Gerne. Es ist ja eh mein Ziel, irgendwo halbwegs alle... Alle Pokémon zu besitzen, sofern es denn möglich ist, natürlich. Es ist klar, dass das nicht so einfach wird. Und vor allem, dass das Ewigkeiten dauert und ich das wahrscheinlich auch nie in Let's Play Form alles schaffen werde. Das sind dann, keine Ahnung, 200 Folgen. Das ist jetzt die 15. Wir sehen, wir haben die Hauptstory zu... Ach, Kampfmeges, was ist denn das ein? Wie heißt das? Skobot, oder wie hieß denn das? Skobot, oder wie hieß denn das? Ein Skobot? Ein Skobot, klar. So stimmt nicht, Skobot. Skobot gibt es nicht. Es gibt X-Bad. Ja, nehmen wir auch mit, damit wir noch mehr Pokémon haben. Gerne. Äh... Aha. Für Dummheiten. Also klar, wenn das Magnetilo Geld einsammelt, ist das schön, aber naja. Es kann halt auch manchmal... Uh, 23. Sehr nervig werden. Ach, Nassmacher, so ein Spittel. Hypnose, cool. Und zack, und tot. Oh, ne, das wecken wir nicht freiwillig. Äh. Das ist halt, das wäre das Team Plus aus drei Pokémon bestehend, würde sowas nicht passieren. Genauso wie das jetzt da oben. Aber ich muss sagen, früher, in Anführungszeichen früher, ja. War es so, dass man dann immer noch zu den Pokémon hin geswitcht wurde, sag ich mal. Also, wenn die irgendwo in einem anderen Raum sind und gerade Probleme haben, wurde immer das Bild auf diesen Raum gewechselt. Das hat sich jetzt scheinbar erledigt. So, Teddy Ursa, das ist da oben. Okay, dann haben wir es doch gleich geschafft. Perfekt. Schlafpuder, na toll. Nein, keine Maronbeere. Ah, siehste, mit Säure aufgeweckt, ja. Ist klar, ich würde auch aufwachen, wenn jemand Säure auf mich kippt. Aber nein. Bibo, das ist natürlich... Hat das nicht auch sowas wie Furienschlag? Das ist gar nicht mal so schlecht. Levelaufstieg von... dieser Samen. Immer. Im Meer. Okay, es switcht scheinbar doch rüber. Es war vorher nur nicht so, warum auch immer. Und Magnetilo ist fast tot, aber naja. So, jetzt können wir aus diesem Dungeon raus. Jetzt gibt es hier nichts mehr zu holen, außer vielleicht ein klitzekleines bisschen Geld. Geld, oh. So. Mal sehen, ob es jetzt... Achso, oh, Rückkehr, naja, gut. Können wir verkaufen. Pudox schließt sich uns an. Ja, Pudox. Bitte. Nein, kein Spitzname und Gurgler. Ja, es ist schön, dass da steht, dass es noch nicht in den Camps vorhanden ist. Dann macht es dieses Sammeln wirklich einfacher. Das ist wirklich angenehm. So. Goldband, das ist gut. Das können wir für ordentlich Schotter verkaufen. Ach stimmt, wir sind ja noch auf dem Normalrang. Das gibt es ja auch noch. Perfekter Apfel, nehmen wir mit. Ja, das dauert ein bisschen. Ich glaube, das müssten Tausende dann bestimmt werden, wa? Das könnte hinkommen. Intensivticket S. Und noch ein Goldband. Ach, die Goldbänder, die können wir dann erstmal schön verkaufen. Das bringt dann Geld für neue Partnerareale. Naja. Das ist ja hoffentlich kein Albtraum. Nein. Mal kein Albtraum. Könnte man ja fast denken, dass das hier ein normales Leben jetzt wird. Ja, Pelipper kommt wieder. Es ist wirklich schade, dass da noch keine Flagge hängen. Das ist nur so eine weiß... Naja, irgendwas. Ist nicht gerade so cool eigentlich. Schon wieder drei neue. Oh, extra platt. Okay. Riesenschluchze. Laufende Untersuchung zur jüngsten Serie von Naturkatastrophen. Pokémon in den betroffenen Gebieten verlieren die Beherrschung und greifen Grundnis an. Es gibt Stimmen, wonach eine mysteriöse Macht hinter den Vorkommnissen stecken könnte. Eine Quelle bezichtigt Diktat, die Artstöße auf Ursache zu haben. Das Retterteam, das die Untersuchung leitet, bezweifelt diese Sicht indessen. Das ist das Retterteam, das die Untersuchung, das ist Simsalas Team. Extraplatz. Felix unschuldig. Teil 1. Felix drauf, Wonona auf dem Klörwerk. Wonona bezeugte, dass Felix nicht der Mensch aus der Legende sei. Gengos behaupte und haben sich somit als böswillige Lügen herausgestellt. Gengos Kommentar. Hm. Toll. Super. Super. So. Dann nehmen wir einmal das. Ja ja, ich wusste es. Toll, wieso? Wieso habt ihr euch da nicht zusammengeschlossen gegen den leitenden guten Ganger? 3 Goldbänder, ja das ist ordentlich. Intensiv-Ticket S. Hm, das wäre ordentlich. so zack verkaufen 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 jeweils nein ach das nervt das ist zu schnell und so wackelig die steuerung wenn es nach links und rechts geht muss ich sagen sieben und ein halb tausend das ist doch schon mal was so dann können wir hier hingehen guck mal so ich würde sagen wieder von vorne angefangen außer das teure das muss nicht unbedingt sein schön was könnte man ja auch mit l und er mehrere auf einmal auswählen aber das geht glaube ich nicht das geht nicht ja der pilzwald natürlich das ist auch sehr wichtig da in diesem wald nur pilze wachsen sind bestimmt ganz gesund wildwucherwald ne gut sich lohnt nicht schlecht das hat eine hohe initiative das hat vorteile so weitere camps natürlich irgendwas anderem bin ich ja gar nicht hier treibstand wüste knackleon das wäre cool hier sogar für diese pokémon geeignet cool ist sogar die ganze liste schon voll dann machen wir das doch gleich ach ja es ist immer so viel text leider treibstand wüste für knackleon das auf jeden fall das wäre doch gar nicht mal so schlecht die idee sich in knackleon zu holen weil wie schon gesagt wenn das zili betra wird das ist dann schon stark ja irgendwann müssen wir alle camps kaufen also besser ist wir machen das eher umso wahrscheinlicher ist es dass wir die pokémon die wir finden und die sich anschließen wollen dass wir die auch nehmen können dass man hier aufnehmen können unsere lustige gemeinschaft so ok ja ja also vulkan gerade ist natürlich teuer krollhöhle das hier hinten kommen dann doch eher die teureren pokémon zum vorschein das hier ist jetzt für zahn hier und mehtan und dementsprechend bestimmt auch für mehtan cross wichtig sebo drachenzornhöhle o kind und rasche ok antike ruine rätsel kann man es natürlich ja das habe ich schon mal erwähnt ist natürlich für die ganzen die kognitos ich weiß aber nicht doch ich weiß auch wie der dungeon heißt aber bis wir da sind das dauert schon noch ein paar wochen monate also 1000 haben wir noch gibt es bestimmt noch hier gibt es noch ein dicker rollhöhle für onyx und wer weiß welche pokémon noch aber das natürlich das nehmen wir mit mehr geld haben wir nicht zur verfügung zahlen vielleicht noch 1000 ein gibt es immer eine sinebeere oder so für ganz treue kunden oder ein apfel ist auch nicht schlecht sehr gerne so dann gehen wir runter und machen das intensiv training noch ja ich weiß die folge soll nicht überzogen werden aber das möchte ich jetzt mal noch machen ach so ich hätte es gar nicht im im imensal haben müssen scheinbar. Ah, ich sieht mal bei allen Pokémon. Das ist natürlich sehr fetzig. Und ja, natürlich drinnen wir unser Start-Pokémon, einfach weil es zu wenig Level hat. Na gut. Extrem viele EP. Na, ich bin gespannt. So, eigentlich soll ich jetzt nur genau Funkenflug einsetzen. 500 Erfahrungspunkte habe ich mich gerade habe ich mich gerade verguckt? Ah, kommt her zu mir. Los, 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 los. Rennen halt alle weg. Das ist halt richtig genial. Oh, Giftstachel. Ja gut, ich meine, mit Großbrand ist das gar nicht mal so alt. 500 Erfahrungspunkte. Das ist ja krass. Ich muss einfach nur A drücken. Das ist halt schön. Und nochmal. So, jetzt gibt es keine weiteren Pokémon. Oh, das war knapp. Los, 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 los. Kommt alle zu mir. Toll. Sind halt am anderen Ende der Welt. Eins vielleicht noch. Nein. Mist. Hat nicht gereicht. Aber trotzdem. Wie viele Erfahrungspunkte waren das? 5000 vielleicht? Ja, zwei Level. Das ist doch gut. Gibt zwar immer noch keine neuen Attacken, aber... vielleicht gleich noch eins. Es ist halt wirklich... Es ist halt wirklich schon heftig. Ja, bitte. Das hätte ich halt auch vorher machen können, weil es ist halt eigentlich nicht so schwer. Man muss halt immer nur seine typenspezifischen Attacken ausüben. Wer ist es halt nicht? Man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man die Pokémon noch alle richtig trifft. Also, dass man denen noch richtig begegnen. Man muss die Muster analysieren, wo die eigentlich langlaufen und das ist halt gar nicht... Waaah. Ich dachte, der war schon besiegt. Das ist halt gar nicht so einfach. Jetzt könnten sie alle kommen. Ja, das sieht gut aus. Ja, da haben wir dann eine ganze Chance. Ach ja, gut. Käferpiss. Mein Gott. Ich muss einfach nur A drücken. Funkenflug, Funkenflug, Funkenflug. Und das Schöne ist, interessanterweise macht das auch gleich Schaden am Nachbar-Pokémon? Seit wann denn das? Wer weiß. Oh, naja gut. Dafür gibt es Belebersamen. Das Einzige ist halt, beziehungsweise, man wird ja unendlich oft belebt. Einziges Problem ist, man verliert dabei halt Zeit, wenn man so oft wiederbelebt wird. Oha, Lockduft. Mensch, bitte. Huch. Trugschlag. Ha, hat er uns eine verpasst. Der traut sich aber, was nicht toll, hier ist nichts. Oh. Ja, gut. Ach Mensch, hätte das nicht noch treffen können. Ach, vielleicht reicht das wieder für ein neues Level. Sogar für zwei. Ui. Feuerzahn. Das ist eine Attacke, die können wir ruhig mitnehmen. Hat ein bisschen mehr, aber Brandt oder zurückschrecken? Natürlich die Frage, ob wir das anstelle von bis. Ja, ich denke schon, es ist besser. Ne, erstmal nicht weiter trainieren, das reicht. Level 26, das ist wirklich ordentlich. Damit können wir doch ein bisschen mehr anfangen, würde ich mal behaupten. So, jetzt würde ich mal gucken, dass wir, wir haben ja schon zweimal Riesenschlucht, dass wir nochmal in die Riesenschlucht, vielleicht finden wir da noch ein paar schöne Aufträge. Jawohl. Oder kommt jemand mit? Okay. Ne, finde Plusse und hilf mir. Okay. Gut. Wäre jetzt kein Problem. Müssen keine Items mitnehmen wahrscheinlich, habe ich jetzt nicht so genau geguckt. 3, 4, 5, 6. Belohnung, Top Elixir. Es hat alle Schwierigkeit eh bloß, aber das ist nicht schlimm. Machen wir natürlich trotzdem. Wir wollen ja den ganzen Pokémon noch helfen. Und es gibt einen super Gegner, Ambi Diffel. Die Weiterentwicklung von Griffel. Vielleicht besiegen wir den ja oder finden den. Das wäre schön. es bringt ja nämlich ordentlich Erfahrung und auch vielleicht eine legendäre Kiste. Das wäre schön. Ja, erstmal nächste Ebene. Unwichtig. Alles unwichtig und gleich weiter. Perfekt. So, Ebene 3. Da kommt nämlich schon das erste Pokémon, was wir retten müssen. Ich weiß gerade gar nicht, ach, da drüben. Okay. Gut. Perfekt. Optimal. Juhu, wir haben Plussel gerettet. Yay. Das war ja einfach. So. Jetzt noch zwei Kämpfe und dann geht's zur nächsten Ebene. Oder vielleicht nicht nur ein kann. Vielleicht wirklich nur gegen das Ski-Floor. Und das Geld da unvergessen, aber egal. Ja, sogar dieselbe Ebene, direkt neben uns. Perfekt. Optimal. Das läuft doch. Also, so schnell Dungeons lösen, das ist ja... das grenzt ja schon fast an einen Weltrekord. so, weiter geht's. Ebene 5. Und wir haben jetzt wieder Glück. Aber wirklich Glück. Hm. Hallo, Zubat, ich rette dich und tschüss. Mach's gut, meiner. Männer. So. Ja, ja, eine mysteriöse Kraft. Schön. Nein, wir möchten die Dungeon trotzdem nicht verlassen. Denn es gibt ja noch ein Pokémon, den wir zur Hilfe eilen müssen. Ja, einmal Feuerzeichen. Oh ja, es brennt. Das ist doch praktisch. Wurzler. Ah, das ist ja nervig. Oh, Kapilz. Das wäre eigentlich interessant. Vielleicht schließt es sich uns an. Nö. Ah, das kann auch gute Giftattacken deswegen. So, ich glaube, diese Ebene ist dann schon das letzte. Letzte Pokémon, das wir retten müssen. Ein Fritzelblitz. Das war eigentlich der letzte. doch mal gucken, was der Text sagt. Ja, 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 ja. So. Okay, wir stellen uns dem Supergegner. Ich weiß leider nicht mal, wie viele Ebenen die Riesenschlucht hatte. Aber ich glaube, wir stellen uns mal dem Supergegner. Der wird uns ja eigentlich angepriesen, oder? War das nicht so? Oder kommt der erst auf der letzten Ebene? Ich weiß gar nicht. Ja, Magnetilo ist fast tot. Die Sinebeere können wir ruhig mal nehmen. Nicht, dass es durch Gramox ... Ne, okay. Achso. Ne, dann war's das doch. Ja, wo gibt's denn hier noch Geheimnisse? Hätte man uns doch den... Ach, da ist er doch. Ja, ich sag doch. Da ist doch der Supergegner. Schon mal hat er uns angeboten, als ich zur Treppe gegangen bin, entweder den Dungeon zu verlassen, oder, nachdem ich dann doch B gedrückt habe... Ja, oh. Das ist jetzt ungünstig. Gut, wenn er den alleine besiegt, sehr gern. Aber das glaube ich nicht. Nö, nö, passt schon. Ja, und tschüss. Ach nee, wir haben ja belebersam. Nein, kein Item einsetzen. Das ist gut, dass wir jetzt danach gefragt werden mittlerweile. Finde ich angenehmer als so wie es vorher war. Oh wow, da ist nämlich schon die Kiste. Die Luxusbox, oder ich habe vorhin legendäre Box gesagt, naja. Was war das für ein Kampf um fähiges Pokémon? Nein, ach Mist. Ja, weiter. Ja, möchte ich. Ja, möchte ich. Riesenschlucht Ebene 8. Ich hoffe, dass das nur so 10 Ebene oder so hatte. Neun. Ich weiß es leider nicht. Was kommt denn hier? Nochmal? Wo kommst du denn her? Wir haben dich doch schon besiegt. Oh. Ja, ordentlich. Ich dachte, es brennt für Nein, nicht. Nein, gut. He, 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 he. Das war vielleicht doch nicht so klug, weiterzugehen. Okay, es brennt. Das ist, das ist, das ist, das ist wirklich ganz schön eklig, ohne Mist. Jetzt ist es aber besiegt. Halleluja. Das war doch ganz schön kritisch, muss ich sagen. Wird Zeit, dass wir hier rauskommen aus dem blöden Dungeon. Ach, ich weiß, jetzt wieder die Riesenschlucht war, äh, Kastanienfalle. war dafür gut, dass wir zu Exato gekommen sind. Als ob ich das Geld nicht mitnehme. Hallo? 64. 64 haben oder nicht haben? Das ist ja die Frage. Ist halt blöd, dass hier nirgendwo dann, also nirgendwo nicht dann, nirgendwo Räume sind. Alles plus sinnlose Wege, um unseren Mageninhalt zu lernen. Das ist so richtig, auch richtig gutes Spiel für sie. Guckt euch das an, wie groß dieser blöde Dungeon ist. Nur noch 11, 10% des Magens sind gefüllt. Ja, mal gucken, weil ich komme zur nächsten Treppe und die ist dann vielleicht die letzte, damit wir uns den Apfel sparen können. Sofern hier überhaupt noch irgendein Raum ist, was... Nein? So viel Anstand habe ich, das Geld mitzunehmen. Okay, wir müssen auf jeden Fall ein Apfel essen. Naja, nützt ja nichts. Und ja, das wird wieder überzogen. Juhu, aber naja. So. Einmal bitte einen Apfel verspeisen und dann geht's weiter. Ich weiß leider wirklich nicht mehr. Ich habe es gegoogelt. Was waren es? Waren es 11 Ebenen? Ich habe das in der Einfolge gegoogelt, als wir da gescheitert sind. Und das habe ich auch schon mal erwähnt. Ich habe bis jetzt noch nicht diese Sackgassen gefunden. Die gab es früher immer. Da sind solche Wege einfach so in Sackgassen gegangen. Das ist irgendwie... Aber da haben wir es nicht mitbekommen oder ich habe es vergessen, dass es die gab. Aber bis jetzt habe ich die... Oh. Als ob das verfehlt. Was war denn das für ein Mist? So was blödes. Ja doch, die Sinebäre nehmen wir schon... Hallo. Nehmen wir schon mit. Das Geld schenken wir uns. Ebene 11. Ah, Hundemann kann doch glaube ich meine... Ja, kann meine Feuerattacken absorbieren. Das wäre... Äh... Ja, doch. Die Sinebäre nehmen wir. Brüller. Geil. Na, wenigstens aufs Geld. Als ob der das... Nicht wer... Ja, der greift halt nur auf Ferne an. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Als ob wir gegen einen Hundemann verlieren. So was ungünstig ist wirklich. So. Ich will mein Geld. Ebene 12. Ach, Grimasse. Toll. Das kann ich auch. Ah. Kann zweimal angreifen und schafft es nicht. Ja, ja. Na. Aber. Zack. Mit dem ordentlichen Feuerzahn passt das schon. Wenn es zurückschreckt und danach verbrannt ist, ist das doch wunderbar. So. Jetzt. Okay. Regenbogengummi und nochmal Regenbogengummi. Na, toll. Ja, gut. Die nehmen wir mit. Das steigert ja den IQ, damit wir irgendwelche Fähigkeiten landen können. Wie war denn das? So. Calcium-Defensivschal und 150. Na ja, gut. Intensiv-Ticket S. Sehr schön. Das ist wunderbar. Das nehmen wir sehr gerne an. Ein Persim-Sturmwand. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Sind das tausend? Könnte das sein? Das können noch mehr sein. Das... Oh, Fritzelblitz... Ja, gerne. Gerne, gerne. Gerne neue Pokémon. So. Kein Albtraum, bitte. Oh, oh. Ha, natürlich. Ach ja, grüß dich, Gardevoir, meiner. Ich habe wieder diesen Traum. Das letzte... Ne, das erste Mal seit längerem. Grüß dich, meiner. Es gibt so vieles, das ich dich fragen muss. Warum erscheinst du meinen Träumen? Als... Gesandte der Geister muss ich über dich wachen. Das ist fortan meine Aufgabe, Gesandte der Geister. Ja. Vononas Fluch traf mich anstelle meines Trainers und so wurde ich zu diesem Dasein als ätherisches Wesen ohne Körper verdammt. Oh. Anstelle deines Trainers. Du meinst die Menschen aus der Legende von Vonona. Schrecklich so grausam von seinem Trainer im Stich gelassen zu werden. Mein Trainer war alles andere als nett. Vielmehr war böse und hinterher... Er war eine böse und hinterherdige Person. Und dennoch. Ich hasse meinen Trainer nicht. Was, du hasst deinen Trainer nicht? Aber warum denn nicht? Nun ja, das frage ich mich auch. So ganz verstehe ich du selbst nicht. Mein Trainer hat furchtbare Dinge getan, doch ich empfinde einfach kein Hass. Er hatte viele Schwächen, doch auch gute Seiten. Damals, als es passierte, war ich verzweifelt. Als es passierte? Du meinst mir nur das Fluch? Ja. Ich habe meinen Trainer vor dem Fluch geschützt mit all meiner Kraft. Wenn der Trainer in Gefahr gerät, dann ist es unsere Pflicht, ihn mit unserem Leben zu beschützen. So sind wir, Gardevoir, nun einmal. Ich konnte meine Trainer das Leben retten, das allein reichte aus, um mich glücklich zu machen. Oh. Beeindruckend, was Gardevoir getan hat. Oh, ich sollte vielleicht erwähnen, dass mir meine jetzige Form nichts ausmacht. So lebe ich weiter und zwar voller Stolz auf die Rolle, die mir zuteil wurde. Rolle. Alles im Leben spielt eine bestimmte Rolle, denn wir alle dienen einen höheren Zweck. Oh, jetzt wird es philosophisch. So wie ich meine Rolle zu erfüllen habe, hast du auch deine zu erfüllen. Du bist hierher gekommen, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen und zu diesem Zweck wurdest du zu einem Pokémon. Was sagst du da? Oh nein, nicht schon mal der Erdbeben. Ein Erdbeben? Ich habe noch mehr Fragen. Ja, natürlich. Immer. immer, wenn es spannend wird, kommt ein Erdbeben. Das war ein Erdbeben oder etwa nicht? Ich glaube, ich hatte wieder diesen Traum. Gerade war zu mir gesprochen. Sie erzählte mir von etwas sehr Wichtigen. Das war es. Ach, nicht nochmal. Mensch, ich... Wieso kann man das nicht einfach so sagen? Ja, das ist... So, gut jetzt. Ich speichere das jetzt. Das sind jetzt schon fast 38 Minuten wieder. Auf jeden Fall überzogen, aber es war gut, diesen Traum noch mitgenommen zu haben. Ich denke mal, das war sehr wichtig. Ja, das war es von diesem Video. Wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten. Bis dann.